Kurz oder lang? Kurz. Wortfenster. Fenster durch die Worte, die Buchstaben, die Zeichen. Fenster zum Weiß, neben den Buchstaben, zwischen den Worten und Sätzen. Fenster hinter das Wort, in die Zwischenräume, zwischen die Zeilen. Fenster zum Dahinter, zum Dazwischen und daneben. Fenster eben, Wortfenster. Und der Werbeblock. Werbeblock, ja, klar.